Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Modsvorstellung hier auf Kornerab. Wir schauen uns jetzt die Körbisproduktion in der Version 1.0 an. Das Ganze kommt, Überraschung, von The Snake, Giants und GC. Findet ihr in der Kategorie, platzierbare Objekte und Global Company. Und Überraschung Nummer 2, ihr braucht den Global Company Mod ab Version 1.1, um das Ganze benutzen zu können. Ja, Körbisproduktion, 60.000 in der Anschaffung, 30,5 Euro Kosten am Tag. Stellt Körbisse her, beziehungsweise ihr züchtet Körbisse. So, Überraschung Nummer 3, ist das gleiche Gewächshaus, was man nun mittlerweile kennt. Wir haben Mist, Wasser oder brauchen Mist und Wasser und hier drüben kommen die Paletten raus. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Wir kippen das Ganze mal hier rein, dass sich der ganze Spaß auffüllt. Und wir sehen, wir haben auch Körbisse hier drin. Auch wieder angepasst, sehr schön. Öffnen wir das Ganze, sehen wir, 2000 Liter pro Stunde an Produktionen, 16.000, 16.000. Und 20.000 Liter allgemeine Ausgabe. Schöne Sache, schöne Sache. Wir switchen einmal in die Nacht. Und werden gleich Zeuge, wie die erste Palette wieder produziert wird. Immer zwei Körbisse drin, viermal übereinander, viertausende Liter, wer hätte es gedacht. Und dann staut sich hier der ganze Spaß nach links und rechts auf. Wie immer, wie bei den anderen Produktionen von Snake ja auch schon, jedenfalls hiermit haben wir 16.000 Liter, oder wandeln wir 16.000 Liter Wasser dann insgesamt um zu 20.000 Liter Körbissen. Zack, so sieht der ganze Spaß dann aus. Wir sehen, wir haben die Hälfte an Mist verbraucht. Und wir haben das ganze Wasser verbraucht. Und haben dann hier einmal die volle Produktion. Klassisch. Ebenfalls klassisch und Überraschung Nummer 5 ist das, das sich in eure Map in der Regel reinschreibt und ihr überall verkaufen könnt. Preise sehen so aus, auch wieder recht angenehm, dass man eigentlich keine großen Anpassungen machen muss, außer man will natürlich. Dann könnt ihr das alles in den XMLs anpassen, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Ganz klar. Thema Log ist positiv zu bewerten. Keinerlei Lua Call Stacks oder Physics Warnings, was sehr schön ist. Mehr gibt es im Endeffekt dazu auch nicht zu sagen. Downloads Link inklusive Bewertung findet ihr, wie immer, in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen unten. Aber da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, Herr Derenne. Tschüssigowski. Tschüssigowski. Tschüssig.